Hallöchen, ihr Lieben! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Wahrheit von Final Fantasy 9. Jo, wir versuchen nach wie vor, diesen entdeckten Schlüssel zu bekommen. Ich hoffe, es gelingt mir heute. Ähm, ich lass mir jetzt einfach Zeit. Wirklich Zeit lassen. Wenn mir es genug Zeit, dann krieg ich das schon wieder. Jo, äh, alles so drum. Ne, dann fangen wir an. Das war fast zu knapp. Wow! Du siehst, wie ich... Ist schon gut! Boah! Hörter! Aha! Warte, wie funktioniert das? Pfff! Sturm ist fick, du dreckiger! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, sicher, sicher! Haha! Mit der hat mich gerade verarscht, ne? Warte! Sox... Dad! Warte! 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 Zwei mehr gegangen, super Am besten so, mir macht es zwei Schritte Ich riske schon wieder zu viel Ja, ja, ja Du hast schon wieder gegrüßt Ich auch. Wow. Jetzt nur mehr ein. Weiter. Entschuldigung, mir geht gerade die... Wir gehen gerade die nächsten durch. Nur nicht hetzen lassen. Wir haben es gleich. Wir gehen jetzt an. Wir gehen jetzt an. Nur? Geschafft. Hui, Schlüssel für die Sanduhr halt. Supi. Eine Waage und ein paar Gewichte Quack. Eine Waage und ein paar Gewichte Quack. Die Waage untersuchen. Ja. Eine relativ große Waage Quack. Da passt mindestens drei Gewichte drauf. Die Sanduhr kann ich nur über die Waage erreichen Quack. Na dann. Na dann, Gewichte auf die Waage stellen. ABC. Was ist ABC? Ah. Hoffentlich reicht das schon. Ich muss das nochmal machen. Wagen. Ja. 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 Wagen. Wagen. Ja. 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 Ich dachte wirklich, dass ich meine Mogels nie wieder sehe. Hey, seid ihr alle in Ordnung? Seid ihr alle unverletzt, Mark? Hast du uns etwa das Leben gerettet? Ihr glaubt nicht, was ich durchmachen musste. Ja, aber wir müssen unsere Witter sind Leute verschieben, Mark. Die Schwarzmagner sprachen von einer Geheimvorrichtung, die sich weiter hinten im Gang befindet, Mark. Man müsse einfach alle anmachen, sagte einer von ihnen, Mark. Auf jeden Fall sollten wir schleunigst von ihr verschwinden, Mark. Genau, wir können uns nicht immer nur auf Zitane verlassen. Wir müssen versuchen, aus eigener Kraft zu fliehen. Dann Zitane abfangen, bevor er zurückkommt. Wenn wir alle zusammenhalten, dann schaffen wir das. Wir werden einmal schauen, ob ihr irgendetwas Neues ankreiden könnt, meine Lieben. Wenn die Töne blödet, oh ja. Elle blöde. Wie ist Kuh? Hier? Oh, hier? Oh, natürlich. Die Baskur wird zurückklappen. Okay, das. Bambambambambambambabamb Bambambambamb 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 das ist auch noch alles gut da haben wir nun so an das ist schon cool dann überprüfen wir selbst schon die Abilität Level Up hat sie drinnen, Ability Up hat sie drinnen, der ist schon zufrieden, der gute Libby hat Ability Up, Level Up drin, ah, warte, 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 die Autofrosion, die hau mal raus, die brauchen wir nicht, tu, dafür, aber was denn, Frost, Mut, verhindert, Schweig, that is fine, nur, ah, ah, so soll es sein, was haben wir denn hier, das schön ist, Lembuk und Ability Up haben wir, yes, das ist schön, die gute Lili, was kann man mit dir machen, hast du Level Up Ability Up drin, das ist super, was, ich sei zufrieden, Moment, da kann man nur was vergeben, ah, da war nix, ne? Bam, 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 gehen wir nochmal hier rein, denn da ist doch glatt ein niedlicher, kleiner Mogri, na, Herr Mogri, oder Frau Mogri, Mocho, oh, Mocho, auf jeden Fall mal shoppen gehen, die haben wir schon viermal, das ist super, ich würde sagen, überall muss man nur eins haben, das wächst, eventuell schmieden, nehmen wir noch auf jeden Fall ein zweites mit, aber noch genug, Phoenix will da eigentlich auch, ja, da können wir vielleicht gerne, ja, guck nicht, oh, ein Besucher, Kubo, vielleicht ein wenig flächelt, aber darf ich dir diesen Brief zur Zustellung aufdrängen, Kubo, übergebe diesen Brief an Mochbock, bitte, aber sicher doch, boah, danke, Kubo, ich würde sagen, wir speichern auch gleich mal, bevor ich wieder irgendwie einen Sprachen mache, ihr müsst es euch vorstellen, ne? Der letzte Part, den wir gemacht haben, der, also, ja, den ich gemacht habe, der ist schon circa eine Woche her, ja, ich nehme mir den voraus auf, ähm, weil ich ja jetzt gerade doch recht viele Spiele habe, drei insgesamt plus Twitch, das haben wir bei vier, und, äh, damit ich mir da nicht quasi die Kugel gebe, ähm, ja, produziere ich halt vor, ne? Und jetzt, da, wo wir letztens mal aufgehört haben, war ja eben das Schlüsselholen, wie ich sieh, ich hab da wirklich aufgehört, das Dumme ist, ich musste jetzt, ja, den vorigen Posten nochmal besiegen, hab alle Items wieder stibitzt, ganz brav und vorbildlich, ja, äh, damit wir auch nichts verlieren, oder so, ja, das hat mir jetzt ein bisschen Zeit gekostet, was ich ja nicht ausnehmen durfte, so, jo, Wüstenhaldeis, jedenfalls, äh, ja, das ist halt ja mein Problemchen eigentlich, ne, aber, ja, das ist schon ein bisschen frustrierend, puh, ich dachte, wenn man am Fortsetzen drückt, dass es dann, dass es dann besser gehen würde, ne, aber so, dass ich nicht so weit zu spielen hätte, irgendwie hat das nicht geklappt, aha, Licht anmachen, dann geht sowas, äh, Opfergaben der Kraft, Du, der diesen Palast behütet, entziehe dem Ring seine Kraft, Elemente zu neutralisieren, was für ein Ring, äh, nicht, äh, Ring, was für die leuchtende Perle, und so, ja, bitte, hm? Was war denn da? Ein Schwurring? Hm, okay, entziehe ihm seine Macht, ach so, dann schauen wir doch mal. Hallo, Gnädigster, Illusionen der Göttin, die Lieder eröffnen einen Weg der Weisheit, okay, mal schauen, uh, was, was, äh, ja, Packt mit dem Bösen, das Licht der blutroten Diablo-Bärle, ist die Quelle ihrer Kraft, die schlafenden Kräfte in ihr sind alle verschieden, aha, was tust du? Wahrheiten über Dämonen, das Licht der blutroten Diablo-Bärle, ist der Beweis ihrer Kraft, äh, Diablo, Diablo-Bärle, Entschuldigung, ha, ja, ist der Beweis ihrer Kraft, das Fleisch der Hand, überschattet ihr Leuchten nicht, muss ich das verstehen, Oh, da ist doch ein böser Gegner, den macht man gleich kaputt. Angemann, Leute, stillgestanden, oder so, ja? Ui, ein Katzi? Na, bist du lecker? Na, Katzi? Oh, Blitz-Element. Okay, wir werden gleich ein Sprüngelein machen. Und für diese Raben, oh, den haben wir noch nicht so, ne, oder doch, haben wir schon mal, ich schaue mal. Willi kann sich nicht konzentrieren, das ist, äh, ich werde das hier doch mal mit, was ist das jetzt? Erde, neutral. Mal, haben wir irgendwas mit Erde, Stone Edge, Stein. Achso, na, das ist nicht so gut, nein, stopp, stopp, das ist nicht gut. Warte, warte, nein, ich Idiot. Doch, ich habe jetzt keine aufs Maul. Ich wollte Erde-Effekt haben. Scheiße, das kann man keine Erfahrungsprobe haben. Das muss ich auch hören, mit Stone Edge ist nichts gut. Obwohl, an B-Punkt ich kriege wohl wenigstens Scheißdreck. Aber sonst nichts, ich muss mit dem aufhören, das darf ich nicht mehr machen. Die Fähigkeit ist nichts gut, die ist nur wirklich dann brauchbar, wenn es du schnell durch willst, ne. Oh, was bist du denn da? Wow, ein Weg. Ich will halt doch kurz, muss ich erst mal da reinschauen. Hm, wo geht es denn hier eigentlich weiter? Was bist denn du? Oh, nicht. Okay, ich glaube, ich nehme doch den anderen Weg. Moment, das schaut schon wieder aus, als wenn es hier weitergehen wird. Lali, lalala, ein Weg aus Licht, hurra. Uff, da ist ja noch ein Gegner. Das ist aber gar nicht nett, ihr seid nicht nett zu alt. Und das ist fies, ihr Fäsen, Fäsen, was seid ihr denn? Logische Fächer. Wir füßen. M&Ms? Was, was, was stand da? Was sind die Fächer, die hier her? Ich lade einfach zu, was ich holen muss. Ich würde sagen, wenn er mal Eis hat. M&M&Ms. Haha. Tatsächlich M&M&Ms. Okay. Gut. Und Fäden hier. Das macht sich super gut, wenn ich mich hängte. Huiiii, da bin ich sie. Au. Oh, der eine hat wohl nicht Damage bekommen. Der hat für letztens den Fall ja in den Städtenstein gesorgt. Sie ist endlich. Jawohl, Schutz vorhanden, edgy bitch. Oh, Freya schläft. Oh. Äh, ich muss mal schocken. Blinkerfilme, ich kann jetzt da. Reflex, ich muss nur Reflexion, also einfach Fähigkeiten. Also, steig zum Atom, dann war das so. Äh, äh, schnell. Oh, schau mal, schau, 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 schau. Oh, schau, 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 schau aus. Verfehlt. Auch du hast ein cooler Auftritt. Haha. Er war jetzt nur süß, weißt du? Dunkles Galopp. Huiiii, wenn man oben geschieht, dunkles Galopp. Äh, ich würd sagen, äh, äh, Ruf, ich hab's, äh, komm nicht mehr in den Zorn. Ähm, 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 das kann ich nicht stehen, aber ich weiß es nicht. Regeneriert die MP, teilt die Obstucht, und das Zorn, die Anscheinung ist. Ah, so. Auf alle. Das ist aber nicht schön. Obstucht, äh, so bei mir, HP, zieht die HP und die Zorn. Ab jetzt. Das macht ja auch schon. Wir rüfen. Ich würd sagen, Rami. 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 Drei. Da hat gesessen. Lilly kann sich nicht konzentrieren. Rot für psychisch. Äh, das ist ja nicht. Karnkünkelchen. Na falsch. Äh, äh, Helia. Ich ruf dich Helia. Ich bin gleich in den Haaren. Vielleicht. Ratenbegehre. Drei. Wo ist die Bibi? Moment. Ich bin ein Idiot. Bibi kriegt keine Punkte. Ich hab ein bisschen von Scheißen. Oder stark verschreckt. Das war jetzt nicht so gut. Ich bin die Obo. Warte, ich bin doch was. Warte, ist jetzt ausgeschlossen, oder? Ich schau, krieg echt was. Abilie ab. Für Eiko. Und hoop, hoop, hoop. Zweimal der Obo. Einmal Bibi, einmal Fili. Ein Topaz und ein Dickerzer. So. Wir müssen die liebe Eiko ankleiden. Da haben wir noch was. Autopotion. Mit da oben. Da oben müssen wir pupschen, da ist nichts. Na. Aber sie kann die Mütze trotzdem behalten, finde ich. Das ist, glaube ich, schon okay. Das müssen alle Lichter hier brennen. Ich bin total verwirrt. Das muss aber auch eingeschaltet werden, oder? Ja, ja. Das ist schon richtig so. Da unten ist noch eine. Die habe ich mal übersehen und habe die gesucht. Wie wahnsinnig. Die habe ich nicht gesehen. Die habe ich einfach nicht gesehen mit meinen geschwollenen Schweinsaugen. Keine Chance gehabt. Hui, hui, hui. Hui. Da war ich fast wieder zurückgegangen. Also, da steht die Tür wieder zu. Was war denn das jetzt gerade? Hm. Hm. Oh, das ist schon mal. Bam, 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 bam. Hm. Aha. Da haben wir ein Wieselchen. Das heißt, ich muss das ausmachen. Und ich muss den hier ausmachen. So. Schon kapiert. Jetzt nochmal zurücklaufen. Alles gleich. Nein, 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 nein. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Geht der nicht auch zum Anzünden? Ja, ich zünde dich an. Boah. Und dich auch. Wow, jetzt ist alles weg. Hä? Was bist du denn? Lügen. Lügen der Göttin. Nur die festliche Beleuchtung öffnet den Weg. Ah, ich verstehe schon. Da muss alles brennen. Brennen, brennen, brennen. La, li, la, li, la. Jetzt brauchen wir den Weg eigentlich mal nicht machen. Es brennt, es brennt. Ja, na, wird das so weit? Nein, nein, ich habe mich verdrückt. Entschuldigung. Eikon ist aufgeregt. Ja. Eikon ist aufgeregt. So, ob ich dort das gehen? Gehst du jetzt? Ja. Hurra, die Tür ist offen. Oh, ist das normal, dass du leuchtest? Opfergang der Kraft. Du, der diesen Palast behütet, entzieht der Kette ihre magische Kraft. Eine Kette, die leuchtende Bele rüsten. Eine Kette, einen Weg, Sachen zu schämen, Fußkette erhalten. Ich muss weinen, ich muss weinen, ich muss weinen. Da haben wir die Fußkette, ne? Nummer drei insgesamt. Zwei, glaube ich. Super. Oh, zwei Katzies. Ja, gestummt wieder. Mach mal Feuer unterm Arsch. Ja, das können wir gut. Dann werden wir auch noch nie zu heilen. Oh, was kommt denn der Wind? Gut. Weg jeder aus. Moment, aufmachen. Das ist ein Schuss. Wow. Tod. Beide Tod. Wo Tod? Wihihihi. Wihihi. Ist das cool. Boah, ist das cool. Ist das cool. Wuh, wuh, wuh. I-Code-Level aberreicht. Und Wihihi hat eine Fähigkeit erlernen. Super. Das heißt, wir tun ihm gleich was Neues anziehen. Tja, jetzt bekommst du was Neues. Was hat denn jetzt eigentlich immer Leviathas was, ne? Amitist. Naja, das lernt sich eigentlich eh nebenbei. Was hält man noch? Zaubern. 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 Boah. Vemicillin und Leckerbissen. Ja, bist du nahe schruntert. 15 braucht das Zeug. Na, ganz viel Spaß, lieber Levi. Ability, apropos. Anlegen. Zauberirrtum. Jetzt will ich lesen, was das ist. Angriffselemente der Zauber werden unwirksam. Angriffselemente der Zauber werden unwirksam. Von dir oder vom Gegner? Das muss ja vom Gegner sein, oder? 13 braucht das Zeug. Personarisch. Na jo. Äh, ach, wo? Habe ich dir nichts gebeten? Wieso gebe ich dir nichts? Weil du ein Profi bist, Zocki. Herz aus Stein. Das war doch, um... Fügt man es nur Stein, wenn sie schauen, zu... Haben hier, na, Bestizid. Insekten haben aber auch wirklich Haut und Blutgas. Das wäre nicht so schlecht, oder? Das kann Bestien durch Bestien zu tun. Ich hatte es doch hier eigentlich theoretisch. Wenn du gesehen, wie Bestien, das geht noch bei Bestien zu tun. Das hat kein Bestien zu tun. Denk ich mal. Eikon, lauf. Ja, ich mag schon. Zumindest denke ich mal, dass das diese Kätzchen da... ...sund als sowas gelten zu tun. Da ist noch eine Lappe. Die muss brennen. Ja. Wow. Das ist natürlich wieder rosa. Ich mag die Farbe. Na, du komischer Stein. Opfergab der Kraft. Du, der diesen Ballast behültet, entziehe der Rüstung die Kraft des Widerstands. Die leuchtende Perle versuchten. Ja, bitte. Was haben wir denn da? Stahlrüstung. Kannst du vielleicht die Freya anziehen? Freya, du... Ich glaube, ich habe da was für dich. Ich habe doch gerade die Goldrüstung. Magst du die auch haben? Ja, aber später. Okay. Die will es überhaupt nicht. Was ist da was gewesen? Ah, ja, ein Gegner. Mein Fehldreher wird dir zeigen, wo es lang geht. Das ist nicht. Jawohl. Aber zuerst glaube ich, wo geht es. Wir wissen... Ich würde sagen, für Odin, der ist gut. Wir werden einsetzen, was kann das von der Schnee-Drache. Der generiert die MW. In Unas-Zorn war Tod sucht auf alle. Dann würde ich sagen, das war zuerst. Es war für ihn. Ich würde sagen, nehmen wir mal los. Dann tun wir die Rüstung und Fehlender hier. Und dann schütteln wir. Wow. Und Tod und Beider? Vielleicht? Jawohl. Aber das geht für cool mit Odin. Hihi. Hihihi. Hihihi. Wahnsinn, Willi. Rittweck erlernt. Wie du? Oh. Zweimal. Äh, einmal für Freya, einmal für Bibi. Eiko hat er was gelernt und... Ja, wir kriegen Topaz. Topaz. Ja, Topaz. Topaz und... Boah. Was hat jetzt die Hübsche erlernt? Achso, gefunkt, wir müssen nicht fertig werden. Da gibt es ja sonst nichts, ne? Gut. Da gibt es ja sonst nichts, ne? Da ist ja gerade was komisch gewesen. Wo musst du denn? Wo musst du hier nicht irgendwas brennen? Das sind schon wieder Lampardis Lämmchens. Aber nichts sonst, ne? Da geht es dann wirklich raus. Da. 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 Das ist doch eigentlich... Ja. Hier. Und das werde ich sehen. Wow. Was bist denn du für ein hübsches Bild? La 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 la. Ich bin kleine Eiko. Ich bin wunderbar. La 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 la. La 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 la. Hm? Was bist du für eine Statue? Oh, das macht eine Kerze. Kann ich dich anmachen? Oder vielleicht nicht da oben? Was? Was ist denn das? Gerüchte der Weisen. Das Lekor des Lichtes am heiligen Fenster zeigt den Weg der Weisen. Oh, oh. Ich halte mich mal zurück. Die Müse will denn das nicht brennen? Kann ich es brennen? Ui. Oh. Da ist eine Treppe. Ist das normal? Ist das normal? Hallo? Schaut normal aus. Oh. Oh. Das macht mir die gerade sonderbar. Die gehen da echt hin. Ist da wohl kein Geheimnis versteckt? Da. Ist da doch tatsächlich. Da geht was. Oh. Und jetzt die untere vielleicht auch noch? Bist du jetzt auch? Oh. Ja. Ja. Schau mal. Aha. Dann gehen wir zuerst da runter, würde ich sagen. Was ist denn das? Licht. Okay. Dann würde ich sagen. Hm? Wo? Dann würde ich sagen. Das aus. Dann würde ich sagen. Eiko geht wieder rein. Kann aber auch der Weiterweg sein. Ich glaube, es ist auch wirklich so. Zumindest ist da noch was zum Anzügen. Zündlich an. Wow. Schönes Bild. Oh. Der Part ist auch schon zu Ende. Das mache ich noch. Wow. Ach. Darüber. Der Pfeil, ne? Okay. Ich glaube, das war es schon. Dann. Darüber versteckt war jetzt nichts, oder? Ich werde jetzt wieder kämpfen müssen, wenn Eiko so weitermachen. Auf jeden Fall muss ich dem Part enden. Nein, da ist noch nichts. Ich beende ihn da. Da ist schön zu schau. Also dann, ihr Lieben. Das war es wieder für heute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Auch die Zocke tut das. Ja, natürlich, meine Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr Eiko beim Spielen zuschauen tut. Jawohl. Also mich und die Zocke halt auch. Das muss ich so sagen, dass sie sie beleidigt, wisst ihr? Mein Eiko. Danke. Das ist lieb, dass du auch mit Rücksicht nimmst. Natürlich. Und ja, ihr dürft Eiko beim nächsten Mal wieder zuschauen. Tschüssi.